Willkommen zum ersten Part von Smash Bros. Heart of Herod. Diesen Part machen wir nur mit Mario. Und ja, jetzt zeige ich hier mal meine nicht fahnden Mario Skates. Leckt gerade gar nicht zum Glück. Und wir werden jetzt hier öfters Lukas, Roy und Royuzin sehen, Alter. Oh, ich find's gut gerade. Na, Fifi. Na, Fifi. ja okay ihr seht ich bin mario fucking main naja was machen wir hier die splatoon und mario kartoffen kommen jetzt auch bloß wir mussten man kann überlegen also yolo ach ja ich wäre mario nicht rückwärts ein tag nicht so kacke Ich habe einen Schraub. Warte, bitte. Ich kriege einen Kind. Geh nach Hause. Holy moly. Der legt sich auch nur dort Mario. Mario ist so... MEIN GÜTE, ey. Hehehe, ich habe keinen Brot. Mein Magen rumpelt und pumpelt. Und ich werde hier fähig gemacht von... CANGRILL. Obwohl ich Mario-Main bin. Hä? Bitch? Jetzt guckst du. Und ich wurde auf Skype angeschrieben. GG. GG Report. Jetzt spielt er Y. Der nachgeschwindet spielt Y. Haben wir die drei auch gleich mal im ersten Park gesehen. Das ist zuckersüß hier. Kommt ja prima klar hier. Wann machen wir euch mal? Äh? 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 ich war weh dass ich mit mario nicht klar komme überhaupt nicht immer alles falsch was man falsch machen kann ich schlage auf mein knie ein auf zu pausen pause ich glaube wir lassen das erst mal nach diesen paar für den online aufnahmen aus dem grund wie wenn jetzt sowieso nur neu und luke ist extrem aufziehen ich weiß das ist ein one hit kill ist ein mongol YO! Mario ist scheiße. Yo! Ich muss kurz auf Skype zurückschreibein. Yo! … … Jooooooooooooooooooooooooooooh … … … Oh, ich kann mich sogar schon weghalten. exzellent danke die meinte eigentlich weiß ich da bin ist was der junge kann aber ich weiß nicht was jetzt betacheln ist gesprochen jetzt werde ich hier auf komischen seiten angeschrieben die sich social networks heißen auf facebook gerade zwar nicht aber auch stil ja stil ist bei mir ja das ist ein schild weg okay das muss ich wie erforschen doch jetzt kommt wenn jetzt mit diesen schildwäckstun whatever trifft mich sowieso am arsch so how to play not mario ja ich bin tot ich bin begeistert der zweite Post war nämlich ein Lapsen ich erwähne dass Mario schwul ist ich bin tot doch nicht Lacks for the win picken scheiß lag okay man sieht war ja mein kopf und der keller ist auch gar und hat sie auch noch gedacht was ist das für ein spaß die der kann gar nichts hat er recht deswegen zisch ich jetzt auch mit dieser aufnahme ab die ganz schön kurz geworden ist okay dafür war der part am mittwoch lang okay ich überlege was anderes noch vielleicht fünf kämpfe habe ich kein bock auf mario gerade deswegen habe ich aufgenommen ja gut zwischen ich jetzt erstmal ab und sage bis zum nächsten mal bis dann neue und da